Hi und willkommen zu deinem Traum-Spa-Erlebnis. Setz dich bequem hin, lehn dich zurück und genieß es. Ich fang mal hiermit an. Du hast ja die volle Behandlung gebucht, damit dabei deine Haare nicht irgendwie beschädigt oder dreckig gemacht werden. Sieh dir erstmal kurz dieses Ding drüber. Perfekt. Womit magst du anfangen? Gib dir. Dann schminken werde ich erst einmal ab. Ich habe dafür diese wiederverwendeten Baren-Pads, die müssen wir nur ein klein wenig anfeuchten. Dann können wir dein Make-up ganz einfach und problemlos unternehmen. Furchtet so ein wenig an. Geht perfekt. Dann lass mich dich abschminken. Schiup, 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 schiup. Soll ich dir auch den letzten Rest runterkriegen, sprich auch noch ein wenig dein Gesicht an, okay? Fühlt sich angenehm an, oder? Gut, also falls irgendetwas nicht so ist, wie du es möchtest, dann sag mal Bescheid, okay? Gut, ich habe hier dieses trockene Schäppchen, damit nehmen wir jetzt den Rest erstmal runter, komm mal her. Mit der anderen Seite hier, man wird dein Gesicht jetzt wirklich komplett trocken. Tschup, 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 trocken, oder? Gut, ich würde sagen, tragen wir jetzt erstmal ein wenig von diesem schönen Massageöl auf. Dann können wir mit meinem Facial Roller dein Gesicht schön massieren, ist das okay für dich? Gut, tschup, 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 tschup. Keine Sorgen, ich habe hier ganz farme Hände. Fohlt sich das jetzt ganz angenehm an. Das ist schon fast da hier. Wie, wir haben meine Hände auch noch ein extra bisschen hoch, okay? Gute, komm mal her. Ganz angenehm, oder? Das freut mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Viel nach. Es kam gerade wieder desperation. so Fühlt sich gut an, oder? Gut, dann würde ich sagen, wir benutzen jetzt ein wenig den Roller und muss ich dich mal ganz kurz vorwarnen, der könnte ein wenig kalt sein. Dann habe ich nämlich extra im Kühlschrank, aber keine Sorge, auch wenn der kalt ist, beziehungsweise gerade weil er kalt ist, sollte das ganz, ganz entspannt und angenehm auf der Haut sein. Eine kleine Abkühlung zwischendurch, ja. Ist das okay für dich? Gut. Gut, das hier ist mein Roller. Die Seite nehme ich für den Großteil deines Gesichts und die kleine Seite, den Bereich unter den Augen, okay? Bisschen kalt, oder? Aber geht gut. Man macht das immer so nach oben und dann so, so immer so vom Gesicht weg macht man das. Ja. Natürlich jetzt auch die Wangen. Jetzt natürlich schön die bei dir unter den Augen. Die ist natürlich ein bisschen empfindsamer. Sag mir bitte, ob das für dich so klar geht. Ist das okay? Ist das okay? Gut. Gut. Okay. Ich habe hier noch zwei Augenpads. Die lege ich dir jetzt mal schön unter die Augen. Und dann... Und dann... Ein bisschen stiller halten. Das bisschen andrücken. Perfekt. Und dann natürlich noch die andere Seite. Und... Einen Moment, bitte dann halt cremen wir dein Gesicht auch gleich ein bisschen noch ein. Lass mich das auch ein bisschen fest streichen. Gut. Okay. Dann cremen wir jetzt noch ein wenig dein Gesicht rein. Warte, ich nehme noch ein bisschen. Warte, ich nehme noch ein bisschen... Ich habe jetzt noch kleine Facial-Eyes-Roller, heißen die Teile der Verkleinung. Der Begriff wird ja vielleicht nichts sagen, deswegen denke ich, zeige ich es dir einfach mal und du kannst mir dann sagen, was du davon hältst. Damit kann man auch das Gesicht massieren. Die sind auch ein bisschen kalt, genau wie der Gesichtsroller, den wir da gerade hatten. Deswegen nicht erschrecken, aber es sollte genauso angenehm sein. Damit würde ich jetzt mal ein klein wenig dein Gesicht massieren. Ist das okay für dich? Gut. Darfst du die Augen bei zurückgehend wieder abnehmen, wenn du es magst, dann auch risk genug befeuchtet. Du musst die Flüssigkeit ein bisschen schütteln, dass sich das nochmal gut verteilt da drin. Ist die Wirkung besser? Und was ich jetzt noch habe? Und ein klein wenig tatsächlich, Gesichtsmassage, keine Sorge, ich bin komplett sanft. Das ist wirklich eine richtige Massageball. Ich dachte, das könnt ihr vielleicht auch noch zu sagen. Ja, dann lass mich da ein bisschen mit deinem Gesicht vorlegen. Angenehm, oder? Ja. Kannst du mir auch gerne mal deine Hand geben, dann roll ich das noch ein bisschen auf deine Hand. Und das dritte auch. Gut, oder? Ja, das freut mich, dann hoffe ich, du konntest diesen Spa-Tag hier genießen. Wenn du jetzt Lust auf noch mehr Spa hast, dann schau gerne hier vorbei. Oder wenn du lieber Lust hast auf ein rundes Bitbainting mit der Spa-Farbe, dann schau gerne hier vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.